Kripsgutscheine für Stücke, die es noch gar nicht gibt. Wir haben nämlich in der nächsten Spielzeit ganz viele neue tolle Premieren, aber das darf ich eigentlich noch gar nicht sagen. Also wenn ihr noch was verschenken wollt, was es jetzt noch gar nicht gibt, die Kripsgutscheine sind das perfekte Geschenk.